Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Phase 5 beginnt schon bald und die Tore von Anki Rai werden sich demnach, sobald die Kriegsvorbereitung abgeschlossen und die Zepterquest erledigt ist, öffnen. Hinter diesen besagten Toren liegen zwei Raids, die 20 Spieler Variante namens die Ruin von Anki Rai sowie der Tempel von Akku 40 für 40 Spieler. Den Tempel wollen wir uns heute mal genauer anschauen, besser gesagt die optimale Vorbereitung dafür. Falls ihr Niko und mich kostenlos supporten wollt, lasst uns doch super gerne direkt einen Daumen nach oben da. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall und viel Spaß beim Video. Für Akku 40 benötigt ihr, wie ihr ja vielleicht schon aus unserem Anki Rai Video wisst, keine Vorquest, sondern könnt direkt nachdem die Tore geöffnet wurden mit eurem Raid losziehen. Allerdings sollte das nicht jeder frische Level 60er, der gerade mit grünem Gear auf der Endstufe angekommen ist, machen. Vom allgemeinen Equipment Stand her solltet ihr ungefähr auf T2 Niveau sein und nur noch wenige Items aus dem Peshwing Hort benötigen. Wünschenswert wären natürlich ebenfalls noch die besten Verzauberungen, wie der Schulterenchant aus Zulgurub, für den ihr ehrfürchtig bei den Trollen der Zanallari sein müsst, sowie die klassenbezogenen Hosenverzauberung, welche ihr ebenfalls in Zulgurub gegen einen freundlichen Ruf sowie eine urzeitliche Hakari-Götze und eine durchstochene Voodoo-Puppe bekommt. Natürlich nur für die Specs, bei denen es auch Sinn macht. Mehr wollen wir dazu auch gar nicht sagen, da die meisten gillen sowieso BWL und jeglichen darunterliegenden Content clear haben. In AKU40 gibt es einen Encounter, welcher definitiv komplett anders funktioniert als alles, was es bisher in World of Warcraft Classic gegeben hat. Viskidus, ein optionaler Boss, welcher auf dem Weg Richtung Cartoon liegt. Dieser sollte wegen ganz nettem Loot, unter anderem der Götze für den Druiden oder dem Caster-Schwert, ins Jenseits befördert werden. Das Außergewöhnliche an dem Boss ist, dass ihr diesen nicht einfach wie er Schaden töten könnt, sondern wie er 200 Frost-Attacken in seine zweite Phase bringen müsst. Und das sogar so schnell wie möglich, da er währenddessen Heart-Ticken im AOE Giftschaden macht. Der Schaden, welche eure Frost-Attacken machen, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Aber als Beispiel macht ein Mage also einen Frost-Blitz Rang 1, zählt das als eine Frost-Attacke. Ebenso ein Frost-Jock-Rang 1 oder auch ein Frost-Schaden-Zauberstab eines Priesters, wo wir auch schon beim springenden Punkt dazu sind. Jeder, bis auf die Heiler und vielleicht der Main-Tank, muss Frost-Schaden an Whiskydos machen, damit dieser in die zweite Phase kommt. Im Hintergrund seht ihr schon eine Liste von allen in WoW Classic vorhandenen Zauberstäben mit Frost-Schaden. Ihr merkt schon, diese kann man an zwei Händen abzählen. Dazu kommt noch, dass nur einer dieser Zauberstäbe beim Anlegen gebunden ist, welcher zudem nur von Magiern getragen werden kann. Die Min-Max-Mages unter euch sollten sich diesen sogar besorgen, obwohl ihr mit Frost-Blitz gut ausgestattet seid, da Eissplitter ein Tempo von 1,3 Sekunden hat. Da ihr aber sehr wahrscheinlich bereits auf Feuer geskillt seid, ist die Cast-Zeit eures Frost-Blitzes Rang 1 auf 1,5 Sekunden. Bedeutet, der Zauberstab wäre in diesem Fall schneller. Hexer und Priester können sich am allereinfachsten den Zauberstab der beißenden Kälte von der Alterac-Quest holen. Diese gibt es im Alterac-Gebirge beim Battleground-Portal der jeweiligen Fraktion. Problem dabei ist, dass die Quest vermutlich schon sehr viele Leute gemacht haben. Einen weiteren gibt es bei dem Ogre-Boss Joe Rush in DM Nord als Drop. Für Hordler bietet sich aber vor allem die Quest-Belohnung Fröstelnagelsplinter an. Diesen gibt es bei einer Quest in den Marschen von Dustwellow. Schaut euch aber einfach mal die Liste an und sucht euch den für euch am einfachsten zu bekommenden raus. Umso schneller das Ding, umso besser. Was machen jetzt aber die Millis? Wir kennen den Boss und zwei Taktiken. In der einen halten sich die Nahkämpfer in Phase 1 komplett raus und bekommen somit keine in AOE Gift-Schaden. Dadurch dauert das Ganze aber viel länger und man benötigt super Timing, da man ab Phase 2 sofort an den Boss wieder ran muss. Genaueres aber in einem Boss-Guide-Video. Vorausgesetzt ihr hättet Lust darauf. Nun gut, mal angenommen ihr spielt die Taktik, bei der die Nahkämpfer auch in Phase 1 am Boss bleiben, welche sich sehr wahrscheinlich auch etablieren wird. Dann benötigt ihr mindestens Frostöl auf euren Waffen, welche euch eine 10% Chance gibt, den Zauber Frostblitz zu wirken und somit Frostschaden und einen Tick zu generieren. Wenn ihr jetzt noch eine Stufe weitergehen wollt, dann besorgt ihr euch spezielle Waffen, wie zum Beispiel den Hammer des Nordwindes, welchen ihr als Random Epic im Aha kaufen könnt. Oder auch den Kaltwutdolch. Diesen könnt ihr in der Level 35 Instanz, die Hügel von Redsorfen, beim Endboss dem Kältebringerlich farmen. Drop Chance ist allerdings nicht die beste. Auch die Silberklinge, ein blauer Random Drop aus dem Kloster wäre super. Wir verlinken euch genannte Waffen sowie weitere alternative Items in der Beschreibung. In Phase 2 muss dann jeder so schnell es geht Nahkampfangriffe machen. Der Schaden ist auch hier egal. Man könnte jetzt sogar als Heiler auf irgendeinem grauen schnellen Durchswitchen, um den Melis unter die Arme zu greifen. Bei uns ging das aber damals auch so. Behaltet das aber mal im Hinterkopf. Bei Viskidus geht's auch direkt in unserem dritten Punkt weiter. Sobald ihr Phase 1 und Phase 2 überstanden habt, teilt sich der Boss in 20 kleine Klumpen auf. Jeder dieser Klumpen spiegelt 5% der HP vom Boss wieder. Die Dinger haben ca. 10.000 Leben. Würdet ihr es also schaffen alle zu bomben, wäre der Boss besiegt. Im Normalfall fokust man hier allerdings 5-6 Klumpen und zieht den Boss somit höchstens 30% seines Lebens ab. Dann geht Phase 1-3 von vorne los. Ihr könnt diesen allerdings mit genügend Ingenieuren und Goblins Separate Chargern one-shotten. Wenn ihr diese alle gleichzeitig zündet, könnt ihr alle 20 Klumpen via einem Schlag töten. Der Tipp ist allgemein betrachtet, für die meisten Gilden nur schwer umzusetzen, da ca. 20% des Raiders Ingenieure sein müssten. Wir wollten ihn aber einfach vollständigkeitshalber mit aufnehmen. Außerdem gab es früher ein Addon für Viskidus, welches sehr viele Infos für alle Raider publiziert hat, z.B. der Anzahl der noch benötigten Frost-Hits. Wir updaten die Beschreibung, sobald es da was Neues gibt. Als letzten Tipp in diesem Punkt kann sich jeder das Item Herz von Noxios farmen. Das ist ein Schmuckstück, was neben 10 Naturresie beim Aktivieren einen Gift-Effekt entfernt. Lohnt sich bei diesem Boss auf jeden Fall. Ihr findet den Weg zu diesem in unserem Maraudon-Zepter-Guide-Video. Einfach in der Beschreibung abchecken. Wie ihr ja vielleicht schon aus unserem Anki-Rei-Video wisst, bekommt ihr in AQ40 das T2,5-Set, welches viele Klassen, wie z.B. dem Schurken oder teilweise auch dem Offkrieger, ein sehr dickes Upgrade bringen kann. Dieses droppt allerdings nicht wie das T1- oder T2-Set direkt vom Bossen, sondern kann mit einer gewissen Rufstufe gegen Tokens in der Instanz getauscht werden. Da man allerdings 4 verschiedene Items bzw. Tokens benötigt, die auf den ersten Blick erstmal relativ nichtssagend erscheinen, möchten wir mit euch das Ganze in diesem Punkt einmal schnell durchgehen. Nehmen wir als Beispiel einfach mal die T2,5-Schultern vom Krieger. Für diese benötigt ihr einen neutralen Ruf bei der Brut von Nosdormus, zudem 5 Steinskarabeus und 5 Thronskarabeus. Diese werden von verschiedenen Trash-Gegnern fallen gelassen und sind nicht beim Aufheben gebunden. Am besten euer Raid-Liter nimmt diese auf und verteilt sie nach Bedarf, gleich aber dazu mehr. Des Weiteren benötigen wir in diesem Beispiel zwei Götzen der Nacht. Diese gibt's relativ selten beim Trash sowie vor allem in den großen Skarabeus-Kisten, welche in der Instanz verteilt sind. Die Schlüssel dafür werden von Bossen fallen gelassen. Diese sind ebenfalls nicht beim Aufheben gebunden und gehen in unserem Beispiel ebenfalls erstmal zum Raid-Liter. Kommen wir jetzt aber zum wichtigsten, den Befehlsbindungen der Kiraji. Diese können für unsere Krieger nur bei dem optionalen Boss namens Viskidus oder Prinzessin Huo run-droppen und sind als einziges Item beim Aufheben gebunden. Solltet ihr diese also erbeuten, wendet ihr euch an euren Raid-Liter, der euch die restlichen Items gibt. Im Normalfall sollten diese nach ein paar Runs ausreichend vorhanden sein. Ist natürlich auch klassenabhängig. Vergesst nicht, das war jetzt nur ein Beispiel, wie wir es mit unserer Mana Crew sehr wahrscheinlich machen werden. Somit müsst ihr eigentlich nur wissen, welcher Boss euer beim Aufheben gebundenes Klassen-Item droppt und das war's. Alles andere kann wie erwähnt gehandelt werden. Jeder benötigt für BWL mindestens 200 Feuer-Resi, sonst wird der Raid unclearbar. So ungefähr hieß es zumindest am Anfang, bevor BWL seine Tore geöffnet hat. Da wir allerdings auf einem späteren Patch-Stand spielen und die Leute in Sachen Hardware, Wissen und Vorbereitung auf einem deutlich höheren Level sind, laufen die Raids einfacher und besser als noch vor 15 Jahren. Bei meiner Meinung nach benötigt ihr, wenn überhaupt, Naturwiderstandsausrüstung bei Viskidus. Kommt drauf an, wie ihr den Boss spielt. Auf jeden Fall aber bei Prinzessin Huhuran. Hier aber auch nur 15 Nahkämpfer und oder Hunter. Sobald der Boss 30% erreicht hat, beginnt Phase 2. In dieser geht's in eine Art Enrage, ballert ordentlich auf den Tank und spuckt. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, alle 3 Sekunden 2000 Naturschaden auf die 15 nächsten Ziele. Hier ist es super wichtig, dass 15 Raid-Mitglieder bestehen aus Melis und Huntern, welche ca. um die 220 bis 255 Naturresi anbufft haben, sich ab 35% richtig positionieren, sodass nur noch diese in der Range stehen und damit den Schaden abbekommen. Diese schlucken dann den ankommenden Naturschaden, auch wenn der eigene Schaden dann darunter leiden wird. Um nun an Naturresi-Ausrüstung zu kommen, habt ihr so gesehen 4 Möglichkeiten. Dungeons, wie z.B. Stratholm und vor allem Maraudon, die Questreihen Silithus, Überherstellungsberufe, sowie über die World-Boss-Drachen. Wobei Items von letzteren natürlich deutlich schwerer zu bekommen sind als der Rest. Hier müsst ihr allerdings aufpassen, denn viele der Rezepte vom Zirkel des Szenarios, der Ring-Band des Szenarios, sowie die Verzauberungen aus Zulguruk, kommen erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Spiel. Außerdem gibt es noch die Rückenverzauberung, welche 15 Resi gewährt. Hunter und Schamanin bringen ebenfalls mit Aura und Zodem 61 Resi-Buff mit sich. Dieses decken allerdings nicht. Auf die Consumables gehen wir gleich noch in einem anderen Punkt ein. Ihr findet in der Videobeschreibung klassenbezogene Links zu Naturwiderstandsausrüstungen. Vor allem für Schurken, Hunter und Krieger. Hier seht ihr dann genau, für welchen Slot ihr welches Item holen solltet und woher ihr dieses bekommt. Unser nächster Punkt führt uns zum vorletzten Boss der Instanz, den beiden Kiraji-Brüdern Veklor und Veknilash, oder auch die Twin Emperors genannt. Diese teilen sich einen HP Pool. Schadet ihr also dem einen, schadet ihr auch dem anderen. Das Besondere an diesem Kampf ist, dass Veknilash immun gegen Magie und sein Bruder Veklor immun gegen physikalischen Schaden ist. Was macht man aber gegen letzteren? Also einem Boss, den ein normaler Tank nichts anhaben kann, da seine Schläge auf Immunität stoßen. Richtig, ihr nehmt zwei von euren ambitioniertesten Hexenmeistern und lasst diese dem Boss für euch tanken. Klingt erstmal merkwürdig, ist aber so gesehen die einzige Möglichkeit, die zwei Twins in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Die Voraussetzungen für eure Hexenmeister sind hier ca. 8000 Lebenspunkte sowie 200 plus Schattenresi. Im Optimalfall sind sie sogar nach Soulink geskillt und bekommen deshalb noch weniger Schaden. Das beste Gear verlinken wir euch wieder in einer übersichtlichen Liste in der Beschreibung. Props dafür gehen raus an Guybrush, welcher besagte Liste aufgestellt hat. Hier findet ihr außerdem noch einige Alternativen verlinkt. Mit Glück habt ihr sogar schon ein paar Items wie z.B. den T2-Kopf, die T1-Schultern oder auch die T2-Hände. Genauere Details zum Bosskampf dann aber wie gesagt vielleicht später in einem separaten Bossguide-Video. Schauen wir uns jetzt mal die Consumables an, welche jeder Spieler dabei haben sollte. Wir haben euch dazu mal ein Google-Doc-File erstellt, welche wir euch in die Videobeschreibung hauen. Dort findet ihr zu allen gängigen Klassen und Specs die besten allgemeinen Consumables. Von Bufffood bis Dränke ist da eigentlich alles dabei. Speziell für Akku solltet ihr aber noch unbedingt folgende Sachen dabei an. Einen großen Naturschutzdrank, diesen benötigt ihr auf jeden Fall für Prinzessin Hurran, sowie Viskidus und unter anderem für C'thun und Skeram, wobei letzterer wahrscheinlich auch ohne liegt. Nehmt euch zudem immer genügend normale Naturschutztränke mit. Diese absorbieren natürlich deutlich weniger Schaden, allerdings könnt ihr diese zum Beispiel zum Pre-Potten vor dem Bossfight verwenden, um im Kampf dann einen größeren nachzuwerfen. Bietet sich natürlich vor allem für Nicht-Heilerklassen an, da diese meistens den CD für einen Mana-Trank benötigen. Wir als, ich nenne es mal ambitionierte Casual-Gilde, können nicht verlangen, dass jeder jetzt pro Fight drei große Naturschutzdränke einwirft. Das wären dann ca. 20 Gold pro Boss-Tray nur an Schutztränken. Aber das muss natürlich jede Gilde selbst wissen. Habt auf jeden Fall mal beide Sorten dabei. Neben Naturschutzdränken könnt ihr euch für Skeram, den ersten Boss, noch große Arcan-Schutztränke mitnehmen. In diesem Bosskampf wird euch eine Arcan-Explosion treffen, welche ganz gut Schaden macht. Vor allem für die ersten Trials kann sich das definitiv bemerkbar machen. Wir würden diese hier sogar fast dem Naturschutzdrank vorziehen. Für Satura können Melis begrenzte Unverwundbarkeitstränke mitnehmen, da diese ab 20% eine Art Soft-Enrage hat und ihren Schaden auf Melis extrem erhöht. Dadurch spart ihr euren Heilern Mana und rettet womöglich euer eigenes Leben. Für die Twins könntet ihr jetzt noch Frostschutztränke einpacken, welche ihr vor dem Kampf konsumiert. Spart euren Heiler mal wieder gut Mana, wenn euch ein Blizzard erwischt. Für Cartoon solltet ihr dann zusätzlich zu den großen Naturschutzdränken noch große Schattenschutztränke dabei haben. Ihr seht schon, für den Anfang benötigt ihr einiges an Schutztränken. Ihr findet diese ebenfalls aufgelistet im Anhang in unserem erstellten Google-Doc. Vor allem für die ersten Rates würden wir euch empfehlen, zumindest immer genügend große sowie normale Naturschutzdränke plus natürlich die klassenbezogenen Consumer Wiggles mitzunehmen. Erleichtert das Ganze auf jeden Fall enorm. Bereitet euch auf den Trash sowie die Bosse vor. Zu wissen, was euch erwartet, ist hier die halbe Miete. Selbst die ersten Mobs nach dem Betreten der Instanz können bei gedügend Unwissen große Probleme bereiten. Nehmen wir diese auch gleich als kleines Beispiel. Die Anubisat Sentinels treten immer in Gruppen auf und machen pro Hit um die 600 bis 800 Schaden. Außerdem haben sie eine zufällige Fähigkeit, deswegen direkt Magie an Decken draufhauen. Jedes Mal, wenn einer von ihnen stirbt, bekommen die Überlebenden 50% ihres maximalen Lebens zurück sowie eine weitere Fähigkeit. Bedeutet, ihr tötet einen nach dem anderen und vor allem den zuerst, welcher die härteste Fähigkeit hat. Von extrem harten Fähigkeiten wie Schattenballvolleys, Mana Brand oder einem Mortal Strike bis hin zu einfachen Knockbacks oder Selbstheilung via Hot ist alles dabei. In diesem Fall fällt der Mob mit dem AOE Shadow Vault zuerst und der mit der Selbstheilung zuletzt. Auch hier gibt es wieder ein Addon ähnlich dem Trash in BWL mit den verschiedenen Anfälligkeiten. Falls ihr Bock habt, lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch immer. In diesem Sinne viel Spaß in AKU40 und immer genügend Mana Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.